Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und heute möchte ich dir mal zeigen, wie du mithilfe von Snippets wesentlich schneller in C-Sharp programmieren kannst. Snippets sind ein unglaublich nützliches Werkzeug in Visual Studio und ja, die möchte ich dir heute einfach mal vorstellen. Bevor wir loslegen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass man unsere Programmieren-starten-Premium-Mitgliedschaft jetzt auch sieben Tage lang vollkommen kostenlos testen kann. Wenn dich das interessiert, dann schau mal in die Videobeschreibung. In der Premium-Mitgliedschaft erhältst du Zugriff auf all unsere Programmieren-starten-Basis-Masterkurse und auch auf alle Fortsetzungs-Masterkurse. Das ist also unglaublich viel Inhalt und ja, das kann ich dir auf jeden Fall mal empfehlen. Teste das sieben Tage lang kostenlos, da hast du ja nichts zu verlieren. Außerdem bekommst du in der Mitgliedschaft auch Zugriff auf unser exklusives Community-Forum. Es geht heute also mal um Snippets und wie bereits erwähnt, Snippets sind im Grunde einfach ein Werkzeug, welches es uns ermöglicht, unsere Programmiergeschwindigkeit in Visual Studio drastisch zu erhöhen. Was sind Snippets? Im Grunde ganz einfach. Snippets sind Vorlagen für bestimmte Code-Konstrukte, die wir einfach einfügen können in unseren Code. Ich zeige dir jetzt einfach mal, wie man ein Snippet mit der Maus erstellt. Man kann auch Snippets mit der Tastatur erstellen, das zeige ich dir dann auch noch, das geht wesentlich schneller, aber machen wir es jetzt erstmal hier auf den Maus-Weg. Klicken wir dazu einfach mal hier in unsere Main-Methode rein mit einem Rechtsklick, dann öffnet sich dieses Kontext-Menü und hier drin klicken wir auf Ausschnitt. Ausschnitt steht für Snippet. Und dann gehen wir hier auf Ausschnitt einfügen und dann sehen wir hier so eine Ordnerstruktur. Wir wollen ja jetzt ein C-Sharp-Snippet einfügen, das heißt wir klicken hier auf Visual C-Sharp zweimal drauf und dann sehen wir hier alle verfügbaren Snippets. Und wir wollen hier jetzt einfach mal das Snippet für die Vorschleife nutzen. Dazu suchen wir uns das hier einfach mal raus. Hier sehen wir es und das doppelt klicken wir jetzt einfach mal. Und dann siehst du, wird hier ein fertiges Konstrukt für eine Vorschleife eingefügt und wir können hier jetzt sogar direkt die Zähler-Variable benennen, die ist hier schon markiert. Die heißt hier standardmäßig i und ich möchte auch, dass die weiterhin i heißt. Das heißt, ich drücke jetzt einfach mal hier einmal die Tab-Taste und dann können wir hier noch festlegen, wie lange diese Vorschleife laufen soll. Hier steht jetzt standardmäßig Length, aber ich kann hier zum Beispiel einfach mal sagen, solange i kleiner ist als 10. Und wenn ich jetzt Enter drücke, dann landet der Cursor schon direkt in der Mitte von dieser Vorschleife, also in diesem geschweiften Klammerpaar. Und ja, hier können wir jetzt unseren Code reinschreiben. Das ist also ein Snippet. Eine Möglichkeit, bestimmte Code-Konstrukte ganz schnell aufbauen zu lassen. Und ja, da müssen wir die eben nicht selber ausschreiben. Sehr coole Sache also. Jetzt hast du aber wahrscheinlich selber schon gemerkt, dass das Einfügen eines Snippets mithilfe der Maus nicht wirklich förderlich ist für unsere Programmiergeschwindigkeit. Da ist es dann doch schneller, das Ganze einfach selber auszutippen. Aber man kann Snippets auch mit der Tastatur erstellen und das geht wirklich wesentlich schneller. Und wie das funktioniert, das möchte ich dir jetzt einfach mal zeigen. Löschen wir hier mal diese Vorschleife wieder weg und erstellen wir jetzt mithilfe eines Snippets nochmal eine Vorschleife. Nur dieses Mal machen wir das Ganze mit der Tastatur. Wie funktioniert das? Naja, eigentlich ganz einfach. Dazu schreibt man einfach nur vor. Und jetzt siehst du hier schon diese Vorschläge von Snippets. Ein Snippet erkennst du eben hier an diesem Papier-Icon. Und wenn du jetzt hier zum Beispiel das Vorsnippet auswählen möchtest, dann machst du einfach hier den Cursor drauf. Also du kannst hier in diesem Menü mit dem Pfeiltasten dich durchnavigieren und dann gehst du einfach auf das Snippet, das du hier eben erstellen möchtest und dann drückst du zweimal die Tab-Taste. Und dann wird es hier eben auch schon direkt erstellt. Dann kannst du hier wieder die Zähler-Variable benennen. Ich nenne das jetzt einfach mal Num. Dann drücke ich einmal die Tab-Taste und dann kann ich hier eben noch die Länge dieser Vorschleife angeben. Da sage ich auch einfach mal wieder 10. Und dann drücke ich die Enter-Taste und dann können wir den Code hier drin schreiben. Und so erstellt man ganz einfach mit der Tastatur ein Snippet. Und jetzt gibt es natürlich nicht nur Snippets für die Vorschleife, sondern für alle gängigen Code-Konstrukte, die man im Programmieralltag immer wieder aufbauen muss. Zum Beispiel für If-Statements, für Else-Blöcke, für jede Art von Schleife in C-Sharp, für das Erstellen von Klassen und, und, und. Es gibt sogar ein Snippet für das Schreiben von Console-Writeline und zwar das Snippet C-W. Du siehst es hier schon, ich schreibe C-W, dann wird mir das Snippet hier vorgeschlagen. Ich drücke zweimal die Tab-Taste und dann steht hier Console-Writeline schon und ich muss das nicht mehr selber ausschreiben. Und ich kann einfach hier schon direkt reinschreiben, was da ausgegeben werden soll in der Konsole, denn der Cursor landet direkt zwischen den Klammern hier. Sehr coole Geschichte also. Und wenn du dir das wirklich angewöhnst, mit diesen Snippets zu arbeiten, dann beschleunigst du deine Programmierarbeit um einiges. Denn, ja, du musst wie gesagt diese ganzen verschiedenen Konstrukte nicht ausschreiben selber. Bezüglich der Snippets gibt es jetzt aber noch ein weiteres Feature, das ich dir unbedingt noch zeigen möchte, denn das ist auch wirklich sehr, sehr nützlich. Und zwar nehmen wir mal an, wir haben hier ein Programm, da haben wir eine Variable int age, die setzen wir einfach mal auf 18, also das Alter ist 18 und dann haben wir hier eine Console-Writeline-Ausgabe, wo es heißt, du bist volljährig. Und jetzt merken wir im Nachhinein, Moment mal, wir wollen diesen Code hier ja nur ausführen lassen, wenn age größer oder gleich dem Wert 18 ist. Und dann können wir jetzt hier auf die herkömmliche Art und Weise hergehen und sagen, okay, dann gehen wir hier eine Zeile drüber, schreiben hier if, bilden die Bedingung, also age muss größer oder gleich 18 sein, dann müssen wir hier wieder einen Zeilenumbruch machen, dann müssen wir hier ein geschweiftes Klammerpaar bilden, merken, okay, hier ist die Klammer falsch gesetzt, wir müssen sie also wieder löschen, dann gehen wir hier in die nächste Zeile und dann machen wir hier noch diese geschweifte Klammer zu und du merkst, es ist ziemlich umständlich, das Ganze im Nachhinein so zu verändern. Und hierfür gibt es jetzt eben auch noch ein sehr, sehr cooles Feature, mit dem wir die Snippets nutzen können. Und zwar können wir hier einfach den gewünschten Code, den wir umschließen möchten, mit einem If-Statement beispielsweise markieren, dann klicken wir hier rechts drauf, dann klicken wir wieder auf Ausschnitt und jetzt gibt es hier die Option umschließen mit, da klicken wir einfach drauf und dann schreiben wir hier einfach if und dann sehen wir, gibt es hier dieses If-Snippet, ich drücke zweimal die Tab-Taste, beziehungsweise hier muss ich es nur einmal drücken und dann wird der gewünschte Code direkt mit einem If-Statement umschlossen und wir landen direkt im Kopf von dem If-Statement, wo wir die Bedingungen bilden können. Hier kann ich also sagen, if age größer oder gleich 18, dann drücke ich Enter und wir landen in dem If-Statement drin und unser Code wurde wie gesagt davon umschlossen. Das ist also auch nochmal sehr, sehr cool und das wollte ich dir unbedingt auch noch zeigen. Das sind also Snippets. Wenn dir dieses Video geholfen hat und dir meine Art und Weise, wie ich die Dinge erkläre, gefällt, dann guck doch auf jeden Fall mal unsere Programmieren-Staaten Premium-Mitgliedschaft an, denn da hast du Zugriff auf all unsere Masterkurse mit hunderten von Videos zu den Programmiersprachen Python, C-Sharp und Java. Du kannst diese Premium-Mitgliedschaft sieben Tage lang kostenlos testen, einen Link dazu findest du in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen und auch über einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.